Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie an Auffahrt schönes Wetter ist und man einen Ausflug im Grünen macht, der erfüllt man schon fast eine alte Tradition aus dem Mittelalter. Im Kanton Basuland hat sich die Tradition von Bitgängen auf Fluorumgängen in einzelnen Orten besonders gut erhalten. Am Bandtag werden Gemeinsgrenzen zur sogenannten Roten abgeschritten oder abgeritten. Blumengeschmückte Hüte, spezielle Spazierstöcke und krachende Vorderlader sorgen für ein besonderes und einmaliges Lebensgefühl. Das ist auch gerade das Stichwort für unser nächstes Thema, Lifestyle. Wir wollten von ein paar Leuten wissen, was Sie unter diesem Begriff verstehen. Wie man sich anlegt, was man isst, die verschiedenen Arten zum Leben, jeder so wie er es gerne hätte. Mode, Accessoire. Ich habe nicht sehr viel Anfahrt damit, gut zu essen. Lifestyle heisst hier eine Produktenlinie von Coop. Nebst zahlreichen Molkereiprodukten wie Joghurt, Drinks und Desserts gibt es hier kurz einmal Fertiggerichte von Lifestyle. Und wer könnte unsere Fragen besser beantworten als die Ernährungsfachfrau von Coop, Michelle Kaspar? Hoi Michelle. Hoi Tanja. Was zeichnet die Produkte von Lifestyle aus? Es ist so, dass Bewegungsmangel und auch unausgewogene falsche Ernährung dazu geführt hat, dass rund ein Drittel der schweizerischen Bevölkerung übergewichtig sind. Bei Lifestyle-Produkten ist jetzt der Fettgehalt um mindestens 30% reduziert und sie enthalten, wenn überhaupt, nur ganz wenig Zucker. Als Ergänzung in einer ausgewogenen Ernährung sind sie darum sehr sinnvoll für alle gesundheitsbewusste Menschen. Wenn man Kalorien reduziert, leidet ja meistens auch der Geschmack drunter. Ist das bei den Lifestyle-Produkten auch der Fall? Also bei den Lifestyle-Produkten wird ein sehr hoher Wert auf den Genuss gelegt. Die Freude am Essen soll trotzdem weniger Kalorien natürlich nicht verloren gehen. Man hat darum auch ein breites Sortiment. Neben Milchprodukten hat man auch Wurstware oder Glasse oder auch Fertiggerichte sind unter Lifestyle erhältlich. Danke Michelle. Danke auch. Trotz weniger Kalorien möchte man natürlich auf die Abwechslung nicht verzichten. Darum ergänzt Coop die beliebten Lifestyle-Produkte, laufend mit neuen Varianten. Entdecken und ausprobieren kann man zum Beispiel jetzt eine Steinhofenpizza mit Gemüse oder Schinken, ein bekömmliches Boulet Cordon Bleu oder eine feine Glasse mit erfrischender Aloe Vera. Voll im Trend sind die Old Shrimps. Das ist bei uns eher bekannt als Grovetten oder Karnelen. Aus diesen rosenroten Delikatessen lassen sich ja bekanntlich viele feine Häppchen zubereiten. In der Zucht sieht es allerdings weniger rosig aus. Ökologisch wertvolle Mangrovenwälder werden zerstört. Es findet eine Erosion und Versalzung von der Böden statt und die Küstengewässer werden verschmutzt und überdünkt. Die belasteten Zuchtschrimps sind darum immer weniger gefragt. Das gibt auch Probleme beim Wildfang. Durch die vermehrte Nachfrage sind Grovettenbestände in den tropischen Gewässern an vielen Orten stark bedroht. Als Alternative bieten sich Bio-Shrimps von Coop Naturaplan an. Sie stammen aus den ersten weltweit biozertifizierten Betriebe in Ecuador, Peru und Vietnam. Die wichtigste Futtergrundlage bei der extensiven Haltung ist die natürliche Eigenproduktion von Teichanlagen. Die Garnelen ernähren sich von Algen, Wasserpflanzen und abgestorbenen organischen Substanzen. Wenn zusätzliches Futter eingesetzt wird, dann nur aus biologisch angebautem Reismehl, Soja oder anderem Getreide. Die Gesundheit der Tiere wird durch die geringere Haltungsdichte und die optimale Wasserqualität erreicht. Antibiotika und andere Medikamente sind ebenfalls streng verboten. Anders als bei der konventionellen Zucht dürfen bei den Bio-Grovetten keine Mangrovenwälder abgeholzt werden. Ganz im Gegenteil. Ehemals abgeholzte Flächen müssen wieder aufgeforstet werden. Am nächsten Sonntag wird in der MAG Event Hall in Zürich der Mr. Schweiz 2004 gewählt. Die 16 Finalisten sind für einen Casual-Durchgang vom Hauptsponsor Coop City eingekleidet worden. Wie übrigens auch die Moderatoren und Moderatorinnen vom Coop Studio. Coop City würde euch gerne einkleiden. In 21 Filialen in der ganzen Schweiz. Jetzt, was wieder so schön warm ist, zieht es einmal immer mehr voraus. Und wer auf Pfingsten noch möchte einen neuen Grill kaufen, der dürfte das nächste Coop Studio auf keinen Fall verpassen. Merci vielmals für das Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mittwoch.